Okay. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Progress Report mit Tim Corell. Tim ist sechs Jahre und spielt seit sieben Jahren Schlagzeug, oder? Nee, geht gar nicht. Der Witz ist schon alt. Wir fangen nochmal neu an. Das ist Tim Corell, sechs Jahre und er spielt jetzt seit einem Jahr Schlagzeug bei uns. Und heute spielt er für alle, die gerade zuschauen, das Solo Nummer eins. Viel Spaß!